Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Produktvideo und heute haben wir eine ganz besondere Batterie für euch und zwar die Goldfinger aus dem Lidl. Sie hat 21 Schuss, 30 Millimeter Kaliber, brennt 40 Sekunden und kostet 19,99 Euro. Und jetzt schauen wir mal, was das Teil kann. Goldfinger von Veko. Goldfinger von Veko. Die Goldfinger ist schon echt eine fette Batterie, aber manchmal sind die Bouquets etwas klein für die 30 Millimeter und die Steighöhe ist auch sehr hoch mit 70 Metern, aber sonst eine Top-Batterie.